Musik Musik Ich bin sehr gespannt auf dieses Duell jetzt. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass man so viel reden kann vor einem Kampf. Ja, dass man so viel noch sagen kann. Und los geht's. Beide ein bisschen abtasten am Anfang. Man merkt auch schon, aber versucht ruhig und cool zu stellen. Da sieht man den Dia-Styler ein bisschen so auf die Art, leg mich am Arsch, ich bleib mal stehen, komm du. Er steht da sehr gerade da, es steht sehr hoch oben. Ein bisschen so ein Karate-Stand. Genau, ich wollte gerade sagen, aber ich war mir nicht sicher, ob es wirklich Karate ist. Es ist so eine Mischung. Ja. Wie ist das jetzt da am linken Schienbein von Janava? Ist dieses Teil aufgegangen? Ah, vom Schoner. Ja, da kann man da kurz das richten. Ja, genau. Geht dazwischen wieder kurz die Zeit gestoppt nochmal. Genau. Normalerweise. Ja, ist spannend. Das ist halt der einzige kleine Nachteil am Amateur, wenn du den Schützer dabei hast, dass sowas passieren kann. Jetzt ist die Zeit ja ausgeblendet worden und gestoppt worden. Coachen ist nicht erlaubt in solchen Unterbrechungen auch zu erwähnen. Ist auch spannend, dass man da von einem Profikampf dann wieder zurückgeht zum Amateur. Ja? Ja, von der Qualität vom Level her, die zwei Jungs. Ja. Sehr gut. Wir sehen auch hier einen Rechtsausleger, Janava Rechtsausleger. Also die rechte Hand vorne, die linke Hand die Schlaghand. Gegen Orthodoxausleger Zaki, die linke Hand vorne. Ja. Und da haben wir schon einen Tag von Zaki. Da sieht man schon, der shoot jetzt vom Fernand. Der Reino kriegt ihn runter. Ja. Held jetzt versucht. Oh, schön. Janava kriegt den Rücken. Ja. Also versucht den Rücken zu kriegen. Klack von Zaki. Wann hat er in den Tragen. Hat er die Hand von Zaki? Und ist zwischen seinen Füßen erklempt. Seht gerade sehr ungute Position. Schanava setzt sich selber am Arsch, versucht jetzt Zaki mitzunehmen und hat jetzt auch die Hooks drinnen macht den Body Triangle zu also Body Lock zu mit den Füßen Zaki jetzt fixiert und versucht einen Pound anzusetzen Zaki macht das ganz gut, versucht sich zu drehen das ist jetzt die einzige Möglichkeit, um rauszukommen und schafft es auch muss jetzt aufpassen, dass er in ein Armbar reinkommt und ist wieder heraus sehr intensiv Amateurkampf also auch gute Härte drinnen und sieht Zaki mit der Lippe leicht offen und der erste Runde ist vorbei jetzt muss man sich wieder dran gewöhnen an die kürzere Rundenzeit ja, aber man sieht schon einen Unterschied auch die zwei Jungs also da ist was dahinter, was da kommt egal ob Schläge oder Take-Down-Versuche ringen also da ist auf jeden Fall ein ordentlicher Power dahinter und die wissen, was sie machen ich bin gespannt auf die zweite Runde ja waren beide sehr wie soll ich sagen sehr angespannt jetzt ein bisschen ja, das hat man richtig gemerkt dass es war in der Luft also sehr erhitzt sagen wir mal so ja da merkt man einfach diese diese Hintergrundgeschichte mit denen die zwei Kämpfer schon ein bisschen reingekommen sind sowas sollte man eigentlich im Kampf ablegen können aber ja es ist halt was der wir sind alles Menschen aber man hat es definitiv gemerkt in der ersten Runde spannend da Marte seine Kieze in der Ecke er ist so bodenständig ich habe ihn da vorne noch gesehen mithelfen die Tische herein zu tragen und alles das musst du als Oktagon Champion einmal keine Ahnung einmal machen dass du da als Gast in diesem Land mithelfst die Tische aufzubauen sehr sympathisch ja wir sind ja auch im Management auch also trotzdem ja irgendwo so wir kommen in die Lehrerbeziehung und wir kommen in die zweite Runde Zaki muss reingehen in den Gegner durch das dass er kleiner ist baut jetzt auch Druck auf stellt Schanava an die Wand also an die Skages guter Kaffkick von Schanava oh Question Mark Kick der zweite heute sehr intensiv beide spannend da dass Schanava mit den offenen Händen so kämpft also würde mich nicht wundern wenn es dann so einen Eipoker oder irgendetwas geben würde ja bei den Handschuhen nicht so die haben die Polster da ist die Polsterung noch ein bisschen größer da als das ist so ein ganz offener Zack geshootet auf einen Double-Tag dann kriegt ihn auch und continuiert Schanava am Boden jetzt ist in der Guard Zack muss aber auch aufpassen Schanava ist der längere und dementsprechend kannst du auch vom Rücken wenn du am Boden bist gut arbeiten mit Grappling-Techniken also da muss Zack schon vorsichtig sein dass er nicht in den Triangle Armbar etc. reinkommt sehr angespannt nach wie vor beide ja Saki hat gut Kontrolle hängen gut unten muss natürlich aber auch versuchen dass er was anbringt Schanava am Rücken muss auch versuchen dass er rauskommt um Punkte zu landen weil wenn es so weitergeht dann ist die Kette Runde an Saki definitiv die Opposition Kontrollzeit sehr intensiver Kampf sehr angespannt von beiden muss man sagen immer noch also beide haben so beide gefühlt schaut es aus beide wie eine Pistole geladen und warten so auf den finalen Schuss oder wollen den finalen Schuss vorbereiten man hat es auch ein bisschen gemerkt bei diesen Schlägen die Saki versucht hat zu machen sehr viel Power dahinter da war mehr Verbissenheit ein bisschen auch die versuchten Dreckings von Schanava extrem viel Power dahinter also schenken sich nichts die beiden an ein schenken auch schenke ihr seid ihr auch ne ich schenke ich 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 schenke ich schenke So, wir kommen in die dritte und letzte Runde. Saki wieder am Vorwärtsgang, Schaner war sehr aufrecht. Ist es schwer, jemanden zu kämpfen, der so aufrecht steht? Ja, es hat ein bisschen so eine Schildfunktion. Man sieht wieder hier, beide so warten auf den einen Moment und stürmen jetzt untereinander rein. Wir haben jetzt zur Unterbrechung, wieder der Schindbein-Schoner. Ja, verdreht. Ein bisschen unangenehm. Da sind wir noch nicht richtig drauf. Saki! 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 Ein guter Bodykick vom Schaner war jetzt. Das hat man gehört. Und Zaki schüttet wieder, wenn er den Tick dann kriegt und die Kontrolle haltet, holt er natürlich Punkte. Es haben sich beide ein bisschen neutralisiert am Cage gerade, Schanava hat die Hand von Zaki, weil Zaki hindert die Hände schließen zu können. Und die nächste Tick dann spielt er wieder am Boden runter, kontinuiert ihn auch gleich gut, er hält ihn wieder in der Side-Control. Also Zaki den Schanava, gute Hülfkontrolle auch von Zaki, also am Boden ist er wirklich stark und weiß er was er macht, teilt das Gewicht gut auf er. Was er sehr schwierig macht für Schanava, dass er sich rausbewegt oder explodiert, eine Brücke zu machen, dass er rausschrecken kann. Setzt zwar Schläge von unten, Schanava macht aber nicht viel aus. Zaki versucht auch ein bisschen Luft zu kriegen, wenn man gerade auf Hand ansetzt zu können, muss aber natürlich aufpassen, dass er keine Luft lässt, dass Schanava nicht hochkommt. Zaki, 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 Zaki! Sehr kräfteaufreibender Kampf von beiden eigentlich, sehr angespannt. Bei Zaki flattet, gut, der Ringrichter ermahnt erst arbeiten. Was auch gut ist, weil es geht natürlich, wenn du jemanden runterbringst und nur hältst und keine Aktionen setzt, wirst du wieder im Stand zurückgeholt, was ja auch gut ist. Für die Zuschauer vor allem. Ja, und so auch, das ist für den Kampferlauf auch besser. Zaki kommt zum Rücken, Schanava schafft es aber aufzustehen. Auf den Sekunden gibt es noch ein Deckung, das ist zum Zaki jetzt gerüstet. Oh, schön. Sehr stark. Gut ist Ende. Gut ist Ende. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wir sehen da gerade die Fans, haben ein bisschen was mitzureden. Ja, ein bisschen ein hitziges Gefecht gewesen. Man hat es auch gemerkt am Kampfverlauf, also beide sehr, sehr angespant. Ja. Was passiert denn da jetzt? Das ist natürlich etwas, was wir nicht sehen wollen. Nein, gar nichts, so etwas wollen wir gar nicht sehen. Kommt halt leider doch hin und wieder vor. Kann man ja auch nicht ganz gut, ist hin und wieder halt sehr hitzig, aber sollte das zumindest sein, man sollte sich schon zu Weihnachten keine Rolle haben, dass man zumindest vor allem Nachtkampf macht es dann hin. Also, du hast die Möglichkeit, diesen Käse aufzutragen, wenn du vorher Fäde hast oder irgendwas, das haben wir noch genannt, das ist nicht gut, soll nicht sein. Und vor allem, es sind Gäste da in diesem Land, da möchte man eigentlich die Gäste auch nicht schlecht behandeln oder irgendetwas, deswegen wissen wir natürlich jetzt nicht, was alles vorgefallen ist. Wir werden es erst danach erfahren, aber... Jetzt haben wir da ein bisschen einen Wirbel gehabt, aber alles wieder gut, alle wieder beruhigt. Das ist das, das hat sich schon die ganze Woche ein bisschen hingezogen. Ja, ich habe es gemerkt, das ist ein sehr emotionsgeladener Sport auch. Ja, natürlich. Wie gesagt, soll nicht sein, aber... Ja, kommt halt trotzdem hin und wieder vor. Ja. Das sind wir jetzt noch bei Highlights. Meine Damen und Herren, willkommen zum offiziellen Ergebnis. Sieger durch Anonymous Dissession... Salakim Niazle! Es ist gut zu sehen, dass sich die Kämpfer jetzt wieder mehr oder weniger vertragen. Ja, wie gesagt, es ist oft so, dass es ein einfaches Gefecht kommt einmal, noch mal Kurve über die Aktion, aber dann kann es nicht passen. Ja, das ist schon evident. Ja. Ja. Auch in Solkssituationen. Es gehört dazu, ab und zu, wie gesagt, aber... Ja, stimmt. Sonst muss man sich mal seine Grenze haben, oder man sollte selber wissen, wann die Grenze erreicht ist. Ja, ich habe schon noch ein Foto mit dem Schickern. Saki, sehr enger Kampf, aber nur, bis du den ersten Takedown gelandet hast. Wie hast du das gesehen? Also, wie ich das gesehen habe, ich danke nochmal, warten wir kurz nochmal, ich danke nochmal meinen Freunden, die alle so weit hergekommen sind. Ich danke allen Trainingspartners, die mir jeden Tag nicht aushalten mussten. Und ich danke allen, jeden von Einzelnen, die da sind, die mich supportet haben bis hier. Ich danke nochmal, es wird viel weiter noch mehr kommen. Niasi wird es ja nicht vergessen, das verspreche ich euch, okay? Das vergisst ihr nicht so schnell. Und einen großen Dankeschön an meine Familie, meinem Bruder, der Saja, der da ist, meine Eltern, die von zu Hause sind. Ich danke nochmal, dass sie mich so supportet haben und ich bin dankbar hier. Danke, mein Trainer. Saki, wie zuversichtlich warst du, dass du den Gegner auf den Boden bringst? Das ist meine Spezialität, wenn ich das nicht hinbekomme, dann nenne ich mich nicht mehr Ringer. Dann werde ich wahrscheinlich etwas anderes legen, Mauro oder was auch immer. Das ist mein Sport, Ringer, und ich werde jedem Takedown, der sagt, dass ich schaffe bei dir. Gratulation, Saki Jensi. Vielen Dank. Vielen Dank. aa Applaus ją Vielen Dank.